Die Spedition Weber wurde 1991 als kleines Familienunternehmen im Erzgebirge gegründet. Gestartet mit einem LKW, den der Firmengründer Peter Weber selbst gefahren hat, sind wir mittlerweile eine international agierende Spedition mit ca. 40 großen LKWs und 10 kleinen Fahrzeugen und 60 Mitarbeitern. Wir sind Meister im Bereich der Individuallogistik. Wir verfügen über eigene Dispositionen, Umschlag- und Lagerbereiche, sowie LKWs mit eigener Lade- und Entladetechnik. Wir sind spezialisiert auf individuellen und professionellen Transporten. Wir sind einfach ein Top-Team. Mit hoher Fachqualifizierung, Engagement, Leidenschaft. Mit einem breiten Lächeln meistern wir so gut wie jede Herausforderung. Unsere Mitarbeiter sind unser ganzer Stolz. Deswegen achten wir darauf, dass wir in all unserem Tun und Handeln als Familienunternehmen zusammenstehen. Und wir schauen voraus. Das bedeutet, wir investieren heute schon in moderne Technik, gute Kundenbeziehungen, neueste Technologie, Schulungen unserer Mitarbeiter und eine angenehme Arbeitsartigkeit. Wir stehen für Transportqualität aus dem Erzgebirge. Wir sind die Spedition. Wir sind die Spedition. Wir sehen uns auch, dass wir hier in der ch驗 beeígen�ern haben. Wir sind die Spedition. Vielen Dank.